Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, zum Ende des Jahres zeige ich euch nochmal ein paar spannende Dupes, die ihr, glaube ich, so auch bei mir auf jeden Fall noch nicht gesehen habt. Und ich glaube, dass das auch ein paar Geheimtipps sind, bis auf eins, das ist so offensichtlich ein Dupe. Freunde, ihr wisst es, ich liebe Drogerie-Dupes und ich liebe vor allen Dingen Rossmann-Dupes, denn ich finde Isana und Rival de Loup, Rival Love Me, die sind schon kleine fuchsige Mäuse. Mäusige Füchse? Ich habe die Ups für euch und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt. Falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und wir starten auch direkt mit dem ersten. Ihr kennt ihn und wir lieben ihn tatsache auch alle. Das ist der Rival Love Me Skin Optimizer. Ein sehr, 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 sehr deckender Concealer mit einem ziemlich großen Füßchen. Vorher haben wir den so ein bisschen als Dupe zum Tarte Shape Tape genommen. Ich finde aber, dass der noch ein bisschen ähnlicher zu dem Anastasia Beverly Hills Magic Touch Concealer ist. Das Füßchen ist auch riesengroß. Die Farbauswahl ist natürlich bei Anastasia deutlich größer, aber ihr habt genau dieselbe Deckkraft und wenn sie runter trocknet oder ihr sie fixiert, sehen sie wirklich sehr, 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 sehr ähnlich aus. Ich finde, ihr habt nur bei dem Rival Love Me vielleicht noch zwei Minuten mehr Zeit, ihn zu verblenden als den Anastasia Beverly Hills Concealer. Der Rival Love Me Concealer ist eine große Empfehlung von mir. Wenn ihr farblich da reinpasst in das Farbschema, perfekt. Wenn nicht, geht mit dem Anastasia Beverly Hills. Da kommt ihr wirklich sehr, sehr lange mit. Also ich habe den hier, glaube ich, seitdem der rausgekommen ist und ich bin noch nicht ansatzweise am Ende. Ich habe einen Dupe zum Becker Under Eye Primer. Ihr kennt den. Das ist ein sehr, sehr spannendes Produkt. Ich habe ihn jetzt hier nur in der Farbe Medium. Ich finde die Farbe Light nicht. Die würde aber noch ein bisschen besser passen. Das ist ein Produkt, was ihr euch unter die Augen geben könnt, wenn ihr starke Augenringe habt oder so ein paar Unebenheiten habt. Da ist ein bisschen Schimmer mit drin. Das Licht reflektiert sehr, sehr schön. Ich trage den super, super gerne in Medium, wenn ich selbst Bräuner drauf habe und so ein bisschen getarnt bin und die Haut einfach so ein bisschen rausbringen möchte. Revolution hat den Eye Bright Corrector. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe Light to Medium. Der ist 1 zu 1 dieselbe Farbe wie der Helle von Becker. Ein sehr, sehr schöner, ja schon fast passiger Ton, der einen leichten pinkigen Touch hat. Von der Textur her sind sie wirklich 1 zu 1 dasselbe. Auch der hat so einen leichten, ja, es ist schwierig, diesen reflektierenden Effekt zu beschreiben, weil da kein grober Glitzer drin ist. Da ist so ein bisschen irgendwas drin, was das Licht sehr, sehr schön reflektieren lässt. Funktioniert sehr, sehr gut. Auch hier von Revolution. Das ist leider meine falsche Farbe. Ich bin wirklich genau zwischen Medium und Light. Und das muss ich mir dann immer so ein bisschen mischen. Deswegen habe ich hier auch bei Becker so eine kleine Menge rausgebrochen, dass ich das so ein bisschen anpassen kann. Von der Textur her, von der Haptik her, sind sie beide sehr reflektierend, sehr, sehr schön und haben einen sehr tollen Effekt. Ein Produkt, was die letzten drei Wochen ziemlich viel Furore erzeugt hat, ist das hier. Der 120 Hours Liquid Moisturizer. Das ist ein Dupe zum No Cosmetics 120 Stunden Liquid Hydrator. Und das hier ist ein Dupe zu einem High-End-Produkt. Und deswegen war ich so ein bisschen... Ich war so ein bisschen verwirrt von der Reaktion, die ich da auf Social Media mitbekommen hatte, weil das ist ja schon ein Dupe. Und das ist dann ein Dupe zum Dupe. Oder ein Dupe zu dem ersten Produkt. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, aber beide sind sehr, sehr gut. Ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich nicht ganz so hoch konzentriert wie das hier. Das kostet aber auch 10 Tacken und das hier nur 3. Und ich benutze den hier tatsächlich immer abends, weil ich abends mehr Zeit in meine Skincare investiere. Morgens will ich, dass es schnell geht. Und ich habe so viele Make-Up-Produkte im Gesicht, da brauche ich nicht extra nochmal super, super, super viel Pflege. Deswegen ist es dafür sehr, sehr gut. Was ich damit total gerne mache. Und dafür ist das günstige völlig ausreichend. Ich fülle mir das ab in eine Spray-Flasche. Beispielsweise jetzt hier. Und dann benutze ich das als Setting-Spray, beziehungsweise als Spray zwischendrin. Und bei 3 Euro tut es mir nicht ganz so doll weh, das als Setting-Spray zu verschwenden, als bei 10 Euro. Aber wenn euch das interessiert und ihr euch so ein bisschen rantesten wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ist auch parfumfrei und pH-hautneutral. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Dupes in die Kommentare. Ich kann es zum Teil total verstehen, dass es ärgerlich wirkt. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Dupe zu etwas anderem rausbringe. Nun gut, lassen wir das. Das einzige Produkt, dafür, dass ich kein Dupe hier habe, denn das habe ich ehrlich gesagt heute Morgen als Weihnachtsgeschenk verpackt, das ist das Isana Sense of Harmony. Verwöhnend aromatisch. Sieht schon ein bisschen durchgerockt aus. Ich benutze es tatsächlich auch jeden Tag. Das ist ein Dupe zu einem Rituals-Produkt. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich finde, es riecht so ein bisschen wie die Ayurveda-Reihe. Irgendjemand meinte aber, es riecht nach etwas anderem. Vielleicht wisst ihr es ja, welches das genaue Dupe zu dem Isana Sense of Harmony ist. Ich finde es generell sehr, sehr spannend, dass Isana mit diesem Trendtower sehr, sehr schnell und sehr beliebte Produkte innerhalb von kürzester Zeit auch günstiger natürlich anbieten kann. Wenn du das benutzt, hast du ein Recht. Ich probiere mal ein bisschen rauszuholen. Das ist wirklich wie so ein Duschgel und dann schäumt das erst auf. Bei Rituals, glaube ich, ist es so, dass es direkt als Schaum rauskommt. Es riecht wundervoll. Also wer wirklich diesen Rituals-Duft mag, schaut da gerne mal vorbei. Es fühlt sich auch sehr, sehr pflegend an. Ich habe das im Moment im Winter ganz spannend, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich abends dusche und nicht eincreme, ich gehe ins Bett und meine Haut findet an, zu jucken und zu brennen und zu kratzen und zu... mag ich irgendwie ehrlich gesagt nicht so. Deswegen finde ich das jetzt gerade auch in dieser Jahreszeit sehr, sehr gut. Es riecht so ein bisschen nach Zedernholz, ein bisschen erwärmend. Orange ist hier mit drin, floral. Gefällt mir wirklich gut. Wir haben noch zwei Dups, die ich euch auch direkt auf meinem Gesicht demonstrieren möchte. Und dafür hole ich euch natürlich ein kleines Stückchen näher ran. Und zwar habe ich ein Fenty Beauty Dupe und das ist das How Many Carats Highlighter Schätzchen hier. Mag ich sehr, sehr gerne. Das ist ein sehr glitzriger Highlighter, der... Ich liebe den auf den Augen. Einfach nur... Come on. Du kannst stundenlang auf deinen Lidschatten verblenden. Es gibt nichts Schöneres, als diesen groben Glitzer Highlighter auf den Augen zu haben. Vielleicht ein Einleiter, eine dunkle Lippe, eine schöne Mascara. You're good to go. Der ist aber natürlich nicht nur wundervoll auf den Augen, sondern du kannst den natürlich auch auf den Wangen auftragen. Ich weiß auch schon, dass ich den, beziehungsweise das Dupe, an Weihnachten tragen werde. Ich finde, an Weihnachten ist immer noch mal die perfekte Möglichkeit, sehr, sehr viel Glitzer zu tragen. Wenn nicht sogar die einzigste Möglichkeit, das ist ein recht grober Glitzer. Der sieht, finde ich, sogar fast noch schöner auf dem Dekolleté, auf den Beinen, auf den Armen aus. Ist natürlich aber sehr, sehr teuer. Hält aber auch ewig. Es gibt aber auch eine günstige Version. Die war jetzt gerade erst wieder in einer Limited Edition von Rival Love Me. Und das ist die Mistletoe Kiss LE gewesen. Und da ist es der Bouncy Highlighter. Die gibt es immer in verschiedenen Farben. Das ist jetzt die Farbe... Die hat jetzt gar keine. Es ist aber exactly the same thing. Also wenn ich das hier auf meine Augen gebe, ich finde hier sogar noch ein... Nee, gar nicht. Es ist... Wie schön ist das bitte? Warum ist das so schön? Ich verstehe nicht. Come on. I love it. Glittery. Man müsste die Base... Also am besten funktionieren beide Produkte unabhängig voneinander. Wenn man die Base noch nicht ganz so gefixiert hat. Sonst glitzert es überall. Aber wie schön sieht das bitte aus. Ich mache euch mal ein bisschen dunkler. Oh wow. Wie schön ist das. Und dafür ist das eine wirklich gute Möglichkeit. Schaut gerne bei eurem Rossmann mal vorbei. Denn oft gibt es in der Mitte beim Make-up nochmal wie so ein Grabbeltisch. Und da sind LEs, die in dem Laden nicht gut funktioniert haben, vielleicht nochmal dort. Und da solltet ihr den finden. Vielleicht findet ihr diesen Highlighter ja noch in eurem Hotspot. Ein Produkt, was jetzt nicht Rossmann ist. Ich musste das aber mit reinnehmen. Weil als ich das gesehen habe, dachte ich mir Wahnsinn. Das ist genau dasselbe. Und zwar wisst ihr, dass ich die Ram Beauty Mascara total gerne benutze. Die hat ein ganz ganz tolles Bürstchen. Gibt wirklich schöne schöne Wimpern. Das Bürstchen ist so ein bisschen konisch spitz zu laufen. Und ich habe einfach ein Dupe von Judith Williams gefunden. Hier ist sogar noch Rizinusöl mit drin. Und wir haben wirklich das gleiche Bürstchen. Wir haben hier noch ein bisschen Pflege mit drin. Ich starte erstmal hier mit Ariana Grande. Die macht wirklich wundervolle Wimpern. Und auch hier die von Judith Williams macht tolle Wimpern. Ich würde liebend gerne mal Judith Williams treffen. Wie schön sieht das bitte aus. Auch in Kombination mit diesem glitzerigen Highlighter. Also wenn euch die Ram Beauty Mascara mal interessiert habt, schaut mir bei Judith Williams vorbei. Das ist die Lengthening Mascara gewesen, die wirklich sehr sehr gut funktioniert. Das Bürstchen ist genau dasselbe. Und ihr habt hier sogar noch ein bisschen mehr Pflege mit drin als die gute Ariana. Und das war tatsächlich auch schon eine super schnelle, flinke Runde mit ein paar Dubes von Rossmann und einem von dm. Ich bin super gespannt, welche Dubes ihr in den letzten Wochen entdeckt habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen, ihr süßen Mäuse. Bis zum nächsten Mal.